Grüßt euch liebe Messerfreunde. Ja jetzt mal wieder ein neues Video von mir, jetzt doch auch nach einiger Zeit. Es geht um, ihr seht es im Videotitel, um das BIRD CARA CARA 2, aber halt auch um mein Arbeitsmesser. Ich habe bisher ein sehr sehr günstiges FIREBIRD GANSO Messer genommen, jetzt über einige Jahre sogar auch. Durch den Arbeitsplatzwechsel, den ich jetzt aber hatte, ist das Messer mehr noch als früher im Einsatz. Und es ist bisher so gewesen, dass ich mal von Zeit zu Zeit immer mal ein bisschen Folie oder sowas auf der Arbeit aufschneiden musste. Dabei ist es auch geblieben. Dazu gekommen ist jetzt aber auch, dass Bauteile angeliefert werden. Große Metallbauteile. Und dass die auf Euro, auf diesen typischen Holzpaletten, die wahrscheinlich jeder auch aus dem Supermarkt kennt, dass die Teile dann also eingebunden werden. Das heißt, die Teile werden unter der Palette einmal oben drüber in so ein Kunststoffband, in so ein festes Einbindeband einmal umwickelt. Dann wird das Band so aneinander gehalten und dann mit einem Gerät miteinander verschmolzen. Das sieht man so ansatzweise hier. Und dann sind beide Oberflächen miteinander fest verbunden. Das hält dann auch sehr gut. So, wenn man dieses Band jetzt also aufschneiden möchte, ich zeige euch mal die Schnittstelle, dann seht ihr vielleicht oder ihr könnt es so erahnen, das ist schon ein ziemliches Sauzeug. Also so natürlich biegsam, aber ansonsten schon echt ein richtig festes Plastikzeug. Also nicht irgendwie nur so eine Blisterverpackung oder sowas. Das Problem war dann, dass ich dann mit diesem Ganso-Messer, das eigentlich mit einem 440c Klingenstahl ausgerüstet sein soll. Wie gesagt, über eine, oder habe ich noch nicht gesagt, über eine chinesische große Webseite habe ich das mal im Sale bekommen. Ich meine für 6,50 Euro oder um die 7 Euro. Das war natürlich okay. Da tut auch sämtlicher Use und Abuse irgendwo nicht so wirklich weh. Ich habe es jetzt auch nicht irgendwie sauber gemacht. Ich habe es die ganze Zeit halt immer so in der Arbeitstasche und dann kommt dann halt auch mal Staub und auch mal ein bisschen Dreck dran. Allerdings, wie gesagt, wenn ich diese Kunststoffbänder aufgeschnitten habe, dann hat die Schärfe doch meist schon nach dem ersten Schnitt schon ziemlich gelitten. Normalerweise sieht man das auch auf der Schneidfaser oben drauf, hier so ein bisschen zu sehen. Also die legt sich nicht komplett um, aber es wird auf jeden Fall relativ schnell stumpf. Also mit der Standhaftigkeit dieses 440c, ich denke mal schon, dass einer ist, aber vielleicht hat man da mit mit der Härtung oder so nur bei dem oder bei dieser Serie oder bei dem Stahl, wenn man das ganze dann weiter spinnt, vielleicht nicht so viel Glück gehabt, um es mal sanft auszudrücken. Ansonsten Stahlliner unterlegt diese FRN wahrscheinlich nicht irgendeinen Kunststoff. Anlehnung designmäßig brauchen wir nicht drüber reden, aber eben für 6, 7 Euro passt das normalerweise. Ja, dann habe ich halt mal angefangen, so ein bisschen zu suchen. In letzter Zeit bin ich, was Spyderco betrifft, ziemlich drauf fixiert. Also im Moment habe ich Spyderco echt gerne in der Tasche, in der Hand und sonst wo. Aber dann wäre mir der Preis wahrscheinlich doch zu hoch gewesen, das dann als Arbeitsmesser dann irgendwo zugeben und missbrauchen. Deswegen wollte ich was Größeres, was Stabiles haben und dann fiel mir bei Selected Knives, um jetzt mal die kurze Werbung aber zu machen, ein Messer ins Auge, wonach ich auch im Großen und Ganzen gesucht habe. Und zwar das Cara Cara von Burt. Also Spyderco's, Budgetlinie, Burt 8CR13MOV, dieses Birdiehole und der ein oder andere sagt jetzt ja, Moment mal, ich kenne doch das Burt Cara Cara. Das hat auch eine ganz andere Klinge. Das hat einen Vollflaschliff und so eine Art Leaf Blade, also so eine Drop Point Klinge. Ich muss zugeben, ich weiß auch nicht genau, um welches es sich hier handelt, ob es das ganz alte Burt Cara Cara Modell ist. Ich habe das gesehen bei Selected Knives, es war noch eins da und ja mein Gott, für 37 Euro für so ein großes Gerät, da beißt die Maus keinen Faden ab. Dann habe ich kurzerhand gesagt, yo, nehme ich. Und das kam dann aber halt auch nicht, um euch das noch mal kurz vorher zu zeigen. Ihr kennt ja, okay, Spyderco Verpackung ist hinlänglich bekannt. Die Burt Verpackung halt, ja, relativ ähnlich. Also die kannte ich bisher eigentlich auch nur. Und ich habe es gerade schon mal kurz gesehen, es kam dann aber so eine Blister Verpackung irgendwo für den Supermarkt, um das Ding irgendwo anzuzeigen. Sieht so ein bisschen nach Walmart oder so aus. Das kam jedenfalls damit und dann war ich ja erst mal verwundert und denke, hm, was ist das? Zumal ja auch die Klingenform dann irgendwie doch abweichend war. Der Griff selber ist wohl ziemlich identisch. Fast. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Also wie gesagt, ich wusste jetzt gerade auch nicht so recht, da was mit anzufangen. Das BY-03 GP Karakara. Kurz erläutert. Hinten drauf noch ein Text. Birdknife Limited Warranty. Ja, und Spyderco Verpackung. Also das sieht alles schon gut aus. Wie gesagt, war mir nicht so bekannt. Genauso wenig, wenn ich dann später nochmal danach geschaut habe, das so ein bisschen versucht habe, nochmal nachzuverfolgen. Auch die Klingenform war mir so nicht bekannt. Die Griffform unterscheidet sich. Wir haben hier an dem geschwärzten Clip, okay, hier Beschichtung oder wahrscheinlich lackiert, kann man sich wohl ziemlich in der Pfeife rauchen. Ja, also das ist nichts Dickes. Das geht relativ schnell ab. Besonders aber diese Philips Schrauben dran. Ansonsten Torx. Backlock beziehungsweise Midlock. Diese typischen Kerben, diese Ausbuchtungen hier drin. G10 Beschadung. Ja, günstiges, einfaches G10. Nichts besonderes. Das findet man aber auch bei einem Messer wie dem Spyderco Tenacious. Da ist es auch kein Gripwunder oder dass es jetzt haptisch so richtig viel hergibt. Aber das ist okay. Stahlleine unter Licht, skelettiert. Hier eine standardmäßige Rückenfeder hier in der Mitte drin verbaut für diesen Midlock oder Backlock. Ja, und dann wie gesagt die Klinge. 8CA13 MOV. BIRD steht drauf. Ja, und dann halt diese Vogelschnabel-Klinge Sabergrind Hohlschliff. Relativ stabil hinter der Schneidphase. Das ist auch gar nicht schlecht. Eben wenn ich solche Bänder schneide, relativ langer Anschliff, also relativ breite Schneidphase selber. Birdiehole. Da musste auch nichts entgratet werden, muss ich dazu sagen. Sonst gab es ja schon mal den Fall, dass ich dann auch schon mal gerne irgendwo den Klingrücken oder das Spideyhole, dass das Birdiehole dann wirklich nochmal entgraten musste, weil man sich sonst einfach die ganzen Fingernägel beim Flippen und Flicken dann kaputt macht. Sehr schöner, glänzender Anschliff. Alles sauber gearbeitet, kann ich nichts gegen sagen. Ich habe hier nur die Platinen in etwas entgratet. Die waren jetzt nicht wirklich scharfkantig, aber ja schon so kurz davor. Also es war nicht schlimm, hier mal die Dinger, die Kante hier so ein bisschen zu brechen. Es ist einfach ein bisschen angenehmer. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, um welches Modell es sich handelt. Vielleicht kennt ihr euch da oder einer von euch sich da ganz besonders gut mit aus, mit Bird und dem Karakara 2, ob es hier das Karakara 1 ist oder so. Ich weiß es nicht. Es macht generell überhaupt keinen schlechten Job. Es ist natürlich relativ stabil gehalten hinter der Schneidphase, denn wir haben eine Anfangsstärke von ziemlich genau 3,02 mm und hinter der Schneidphase, hinter diesem Hohlschliff sind es dann immer noch, jetzt sind wir schon, ja 0,85, ich muss mal einmal seitlich drauf schauen. Ja, 0,85 ungefähr hinter der Schneidphase. Also relativ massiv, dennoch relativ schneidfreudig, weil, ihr seht es auch hier mit meinem Daumenfall, also eine relativ breite Schneidphase. Der Stahl lässt sich eigentlich sehr gut auch wieder auf Schärfe bringen. Natürlich hält auch der 8CR13 auch mit dieser Klingeometrie auch nicht ewig bei diesem Sauzeug hier. Dennoch bin ich eigentlich ganz angetan und auch der 440C hiervon ließ sich sehr gut nachschärfen. Allerdings reichte hier meist schon ein Schnitt aus, um dann sagen zu müssen, okay, eigentlich müsste ich jetzt irgendwo wieder auf den Spyderco Sharpmaker. Das muss ich jetzt hier nicht. Das Messer lief erst etwas fest, aber das kennt man auch vom Tenacious und auch vom Paramilitary und auch von einigen anderen Messern, die ich von Spyderco oder auch vom Bird hatte, dass das erstmal noch so ein bisschen knirschig schleppend ist. Und ansonsten, aber jetzt auch mit einiger Benutzung funktioniert das eigentlich schon sehr gut auffällig. Wir haben hier echt wenig, wenig, wenig Toleranz nach rechts und links. Steht aber ansonsten, glaube ich, ganz anständig. Lässt sich auch gut bedienen. Die Handlage hier. Ich packe es also wirklich hier hinten. Es ist ja mehr als genug Platz drauf. Die Maße nehmen wir gleich noch einmal zusammen. Das Gymping greift eigentlich ganz gut. Da gibt es halt das Manix oder die UK PK Modelle, das Dragonfly. Die haben schon noch ein etwas feineres, aber dafür etwas bissigeres Gymping. Aber auch das hier funktioniert echt gut. Dadurch, dass wir ja auch eine relativ hohe Rampe haben, findet der Daumen hier vor auch gut Platz. Und man hat einfach einen sehr guten Griff in diesem Pariergriff. Man kann hier noch in den Foregrip gehen. Natürlich muss man es jetzt ja nicht unbedingt. Aber gut, die Möglichkeit ist da und es ist so dieser Fifty-Fifty-Joy hier vorne. Das ist also alles gut, denke ich. Ein guter Arbeiter. Natürlich, es gibt immer dann wieder Messer mit einem S90V, S110V, S30V. Wahrscheinlich viele, die einfach die Schärfe länger halten. Auch bei solchen Schneidaufgaben oder bei festen Kartons, die ich auch schon mal aufschneide auf der Arbeit. Naja, aber dennoch bin ich jetzt erstmal nicht enttäuscht. Überrascht sowieso nicht. Der ACR13 ist ein guter, tauglicher Alltagstahl. Relativ rostträge. Hier auch noch mit einem relativ schönen Äußeren und mit einem schönen Glanz. Ja, und von daher ist das jetzt also jetzt seit zwei oder drei Wochen natürlich auch erst der Begleiter auf der Arbeit. Aber zumindest, um euch ein Feedback geben zu können, grundsätzlich erstmal bin ich damit nicht unzufrieden. Die Klinge, wie gesagt, wahrscheinlich dann aber auch aufgrund der Klingeometrie, dass sie die Schneidphase dann etwas besser hält als dann hier mit dem Full-Flat-Grind, die dann halt auch deutlich feiner ausläuft. Also da ist dann auf der Arbeit vielleicht doch ein bisschen was Festeres vonnöten. Ja, ansonsten der Lok, der Hebel fährt jetzt nicht zu weit raus. Okay, aber hält. Also da gibt es kein Klingenspiel oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, also auch, man muss jetzt auch mal sagen, für 37 Euro, das ist der Deutschlandpreis, der Shoppreis gewesen. Allerdings war es auch das letzte Modell bei Selected Knives. Was willst du denn da auch gegen Sachen? Also, wie gesagt, für die Arbeit. So, also wir haben eine Klingenlänge bis zum G10, 9,8 cm. Also fast 4 Zoll und ziemlich genau 9 cm effektiv scharf. Bei einer Gesamtlänge von, ja jetzt müsste ich das G10, ich gucke einmal, ja 21,8 cm sind es. Sieht man ein bisschen schlecht jetzt hier. Also fast 22 cm absolut ausgewachsener Knüppel. Liner, ich weiß gar nicht, kann ich da mal irgendwo messen? Ja, so ungefähr. Also knapp 1,8 mm, knapp 2 mm haben die Platinen, die Liner, ja die Platinen an Stärke. Ein durch und durch gutes Messer, dass man, ich denke, natürlich irgendwo auch als Sammler, als Spyderco-Freund ist das was. Aber ich denke auch, relativ robust, da ist kein Liner, der nach innen, nach außen rutscht, kein Framelock, sonst was. Ich denke, das geht in Ordnung, da kann man schon echt was mit anfangen. Die Klinge relativ schwer, man muss also schon einen guten Rutsch, einen guten Schwung mitgeben. Ganz zu Anfang hat das noch nicht so ganz so funktioniert, aber mittlerweile ist es auch natürlich auch über den Gebrauch auf der Arbeit ganz gut eingefahren jetzt mittlerweile. Jo, ähm, Gewicht noch. Das ist sicherlich nicht zu gering. Ich muss mal eben gucken, wo meine Wahl ist. Ah, das ist sicherlich nicht zu gering. Aber in der Arbeitshose, ich habe es ja auch gesagt, das ist mein Kugelschreiber für die Arbeit. Ich habe jetzt glaube ich auch schon die dritte Mine mittlerweile drin, alle schon leer geschrieben. Hier, dieser Glanz, dieser Ablieb, entsteht übrigens nicht durch andere Metallteile in der Hosentasche, sondern tatsächlich durch so einen Marker, durch so einen Neonstift. Also, dass da einfach nur immer wieder ein Kunststoffstift dran ist. Selbst dadurch kriegt man also Unterschiede in der Oberfläche. Aber wie gesagt, den habe ich auch neu gekauft, da habe ich das Geld ausgegeben, aber ist egal. Ich wollte was haben, was man auf der Arbeit benutzen kann und irgendwo mit einem Schmirgel oder mit einer Wolle, mit so einer Polierwolle wieder drüber gehen kann. Und dann sieht das auch wieder aus wie aus einem Regal. Und das war mir wichtig. Deswegen habe ich auch diesen relativ oder sehr angenehm zu tragenden Aluminiumstift nicht genommen. Weil, weil man hier auch, den habe ich also auch gebraucht, gekauft. Eigentlich auch als User benutze ich auch im Privaten, dann nicht auf der Arbeit. Den habe ich dann so mit, dass dann diese DLC-Bestichtung doch schon mal abgehen könnte. Und auf der Arbeit lege ich dann auch schon mal den Stift dann unbedacht mal weg. oder auf die Messplatte, die ist aus Metall, dann auf dem Messtisch, dass ich das dann einfach schon mal hinlege und dann irgendwo zugange bin. Und ja, da passiert halt nicht so viel mit. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass dieses Messer sicherlich auch ein paar Gramm wiegt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das werden wir jetzt sehen. So, wir haben null. Och, gute 125, knapp 130 Gramm. Und gut, der Knoten hier. Das bleibt zu vernachlässigen, denke ich. Ja, also die Karakara-Modelle kosten im günstigsten Fall irgendwo Ende 30. Und das geht dann, glaube ich, bis 60, 70 Euro. Ich habe sogar auch eins mal für 69 oder so gesehen. Das kann auch schon mal was teurer sein. Ob es sich dann noch so sehr lohnt, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Hier, wie gesagt, 37 Euro und dann auch diese etwas andere Klingenform und natürlich jeder Anschliff hat mich dann doch gereizt. Und ja, also ich denke mal, dafür geht es. Ja, sonst würde ich sagen, man schaut vielleicht, dass man so vielleicht für über 40, so an die 50, das ist absolut okay. Ein Tenacious ist ja auch nicht günstiger. Und auch da ist der Stahl der gleiche. Von daher ist Bird auf jeden Fall da eine gute, günstige Alternative. Jo, soviel zum Bird Karakara. Ja, wie gesagt, wenn sich da einer wirklich gut mit auskennt oder wenn da einer Bescheid weiß, da es ja sonst nur diese andere Klingenform gibt und den anderen Vollflachschliff und dann hier dieser Sabre Grind, sagt mir doch bitte Bescheid. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, bleibt gesund, ganz wichtig. Und dann bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.